Damit wir uns gleich recht verstehen, wenn Sie hier in wilder Ehe leben und ich lasse das zu, mache ich mich strafbar. Das wird es bei uns nicht geben. Ganz beständig. Das ist ein Schriftsteller wie ich. Hast du jemanden kennengelernt? Sie waren als Austauschülerin in den USA. Was haben Sie für ein Verhältnis zu diesem Land? Wir müssen es ablernen! Wir müssen es ablernen! Rufen Sie in Ihrer Burschüre zum gewaltsamen Sturz unter freiheitlich-demokratischen Grundordnung auf. Das würde ich so nicht sehen. Lieben Sie meine Tochter? Unsere Liebe hat Ihre eigene Gesetz. Bekommen, Kind. Das muss man unbedingt neu herausbringen. Sprich es mir. Das nationale Deutschland aber sollte seine Aufgabe darin sehen, Fespa zu unterstützen. Was von dir? Der alte Fespa, der wusste es nicht besser. Aber du, du hast ja alles durchschaut und trotzdem mitgemacht. Du hast überhaupt alles in deinem Leben nur halbgemacht. Gut, gut, du kannst es doch besser machen. Reden ohne handeln geht nicht. Warum jetzt? Weil wir was gecheckt haben. Es gibt täglich neue Demonstrationsverbote, willkürliche Verhaftungen, zahlreiche Schwerverletzte und ein Toter. Die haben in die Menge geschossen. Die schießen auf hilflose Leute. Sag mal, warum musst du eigentlich deine scheiß moralische Überlegenheit immer so vor dir hertragen? Ich komme gerade aus dem Knast, verstehst du? Da labert man nicht vom Widerstand. Du gibst das auf die Fresse. Du fickst lieber die anderen. Das ist genau der Punkt, wo es politisch wird. Sag mal, hast du keinen anderen zum Ficken gefunden? Gut, Ron, ich brauche dich. Ich schaffe das nicht, Alter. Wir müssen unser Potenzial woanders suchen. Bei denen, die diese Gesellschaft krank gemacht hat. Und aus ihrer Krankheit müssen wir eine Waffe machen. Und jetzt? Wir machen weiter. Nein, wir machen nicht weiter. Lass es uns besser machen. Besser als alles, was war und was kommt.